immer mehr worte wachsen über nacht der schwarzen farbe zu die ihr mehr zwischen uns treibt darin wir nicht ablassen von der entsetzlichen mühsal zu lieben wenn ich matrose wär oder ein hund mit einem anker tätowiert auf der stirn ich wird hoch auf dem meer nach deinem mund suchen dann müßte die sprache leicht sein wie der tod und so schnell es gibt zu vieles was ich nicht sagen kann ein früherer bringmann der auf den ersten blick noch mehr von einem gewöhnlichen gedicht hat aber auch hier sind die versumbrüche vor allem dazu da die sprache flüchtig zu machen wieder hin gewählt immer mehr worte wachsen über nacht der schwarzen farbe zu die ihr mehr zwischen uns treibt ein satz mit verwirrenden bezügen worte wachsen also sie wachsen über nacht sie wachsen einer schwarzen farbe zu und dieses meer aus worten treibt diese schwarze farbe zwischen uns wenn es nicht selbst ein meer aus schwarzer farbe ist womöglich ist es beides ein meer aus worten in schwarzer farbe und dieses meer aus schwarze wächst zwischen beiden die liebe ist also kein spaß streiterei formulieren von ansprüchen aneinander nicht oder falsch verstanden werden das ist eine der folgen davon dass man eine sprache hat und eine beziehung auch daraus besteht dass man miteinander spricht diese aufreibende kommunikation ist das meer darin wir nicht ablassen von der entsetzlichen mühsal zu lieben weil wir nicht können oder weil wir nicht wollen egal wir tun es einfach nicht wir lassen nicht davon ab wenn ich matrose wäre wenn das meer als bild gewählt ist passt ein matrose er ist jedenfalls einer der sich mit dem meer auskennt oder ein hund das ist allerdings nicht der typische meeresbewohner mit einem anker tätowiert auf der stirn er will also ein wesen sein das mit dem meer fertig wird andererseits einen ausgeprägten spürsinn hat und vor allem eines das ohne worte auskommt ich würd hoch auf dem meer wenn von hoch auf dem meer die rede ist wohin er sich wünscht dann fühlt er sich wohl versunken er würde also gerne nach deinem mund suchen wohl um ihn zu verschließen vielleicht sogar mit einem kuß dann müsste die sprache leicht sein wie der tod und so schnell was den tod denn leicht und schnell macht vielleicht seine selbstverständlichkeit und vielleicht auch der ausweg den er aus allem bietet endlich ruhe aber das ist nur ein gedankenspiel kein suizid gedanke es gibt zu vieles was ich nicht sagen kann das kann mehrere gründe haben man kann etwas nicht sagen weil es in worten nicht ausdrückbar ist oder man kann es nicht sagen weil es nicht verstanden würde oder man kann es nicht sagen weil der andere es nicht hinnehmen würde nicht ertragen könnte und diese last daß man redet aber zu vieles nicht sagen kann das macht das lieben zu dieser entsetzlichen mühsal ist das nicht aneinander Untertitelung des ZDF, 2020